Die Nature One Auf den Open Air Floor Warum? Weil da einfach die Top X sind, weil da die Party geht, weil es einfach geil ist Nick Scheer, der Chef von Emotion ist da, dann geht das wohl gleich los So Leute, Einlass! Bomber! Ihr kleidet euch erstmal ein? Ja, wir gucken mal, was es hier so gibt Macht ihr das immer bei Festivals? Ja, jedes Mal, jedes einzelne Mal Was ist das Besondere an so einem T-Shirt? An so einem T-Shirt? Das ist einfach, dass man mal da gewesen ist und mal zeigen kann, hier ich war da Im Grunde genommen könnt ihr so ein Ding für 5 Euro nachdrucken Aber Zeigt halt irgendwie doch, ich war da, es war gut Was macht ihr da? Den Fragebogen für die Nature One Und den füllt ihr jetzt schon aus? Ja, warum nicht? Seid ihr Stammgäste, oder was? Also mein zweites Mal ist das jetzt Ein bisschen abgefahren, dass das jetzt schon ist Was hast du denn da so ausgeführt? Zum Beispiel, wie gut es mir gefällt, wie oft ich schon da war Welche Floor ich am besten finde, welche Clubs ich am besten finde Warum seid ihr so einheitlich angezogen? Das ist halt unser Musikstil Hardstyle, das sind wir Neonfarben Und es gehört dazu, wir sind noch Schaffler und Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh Es ist erst halb neun Die Leute sind mal nicht richtig gefahren Wie findet ihr es jetzt hier auf der Pütna? Also ich finde es cool Auf jeden Fall Ich finde es auch gut Viele Musikrichtungen und es ist toll Die Leute sind mal gut Ich bin bei ihnen Ich bin bei ihnen Die Leute sind einfach Und ich bin beim Schatten Die Leute sind im sick Oder auch Und ich bin bei ihnen Also wenn sie Schick, kriegst du damit Luft? Bitte, was? Kriegst du damit Luft? Na logisch. Warum machst du das auch? Weil es zu mir dazugehört. Das sieht gut aus und kann gut Party damit machen. Dann kommt leicht ins Gespräch. So langsam sind die Leute in Tanzlane gekommen. Die Nature One ist jetzt seit 2 Stunden eröffnet. Es ist gerammelt voll und auf die nächsten Tage wird die Party weitergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017